Oh, und dann bin ich gerade mal stumpf in den Hintergrund gesprungen, was nicht ganz so beabsichtigt war. Einen wunderschönen guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend oder einfach moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Session. Ich spiele heute mit euch oder für euch das neue Super Mario 3D World, was ich eben gerade kurz vor dieser Aufnahme tatsächlich erst ausgepackt habe. Somit ist es auch mein Ersteindruck von diesem Spiel, weil ich es bis dato noch nicht angespielt habe, weil ich so viele Spiele auf Mario gekriegt habe, die Playstation 3 neu hatte, da runtergeladen habe im PS Plus und leicht überfordert war mit Arbeit oder die ganzen neuen Eindrücken. Aber ich drücke mal A und gehen wir mal ins Spiel. Lehen natürlich eine neue Datei, Energie sparen, bla bla, ja. So, wen nehmen wir denn? Nehmen wir 3, 4, nehmen wir erstmal ganz stil, echt, natürlich Mario, heißt das aber Mario 3D World. Ich spiele das natürlich mit dem Wii U Controller. Ich spiele diese Freunde, hier rein, aber ich spiele das ja auch, wie ich zum Beispiel versuche, So, wenn ich würde mich nicht, wenn ich mal in meinem Zeug. Oh, wie war ich's wieder? Oh, wie ist es? Oh, wie war ich hier? Oh, oh! 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 Help! Oh! 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 Oh, oh! 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 Okay yes! Ja, zur Abwechslung wurde mal nicht Prinzessin Peach entführt, sondern irgendwelche kleinen Fähigkeiten. Mario ist halt der Allrounder, Luigi springt ein bisschen höher, ich glaube der Pilz Toad ist recht schnell und Peach kann dank ihres Rockes ein bisschen schweben. Ja, hier auf dem Tablet hat man, wie man natürlich jetzt nicht sehen kann, quasi das gleiche wie auf dem Bildschirm. Hier haben wir auch so eine schöne Map, nenne ich es mal, auch wie damals, ich glaube Super Mario Bros. 3 war das zum ersten Mal. Und da kann man quasi frei die Level wählen, sag ich mal. Von der Grafik bin ich jetzt schon mal relativ angetan. Es ist halt das erste Mario, das ich so in HD und hochauflösend mal zu sehen kriege, weil 1080p konnte die wir ja nicht, aber es ist schon schick. Also bis jetzt springe ich auf A und B springe ich. Und wirklich rennen scheint man nicht zu können. Ich kann mit dem Triggerducken, Z-E-R-Z-E-L oder wie die heißen. Schau mal, jetzt darf ich schon mal kratzen in dem Katzenkostüm. Das ist, oh, mir juckt mein Ohr. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr putzig gemacht. Oh. Die können dann tatsächlich hier so ein bisschen die Wände hochgehen, was wir aber nicht wollen, weil wir erstmal hier unten gucken wollen, was das hier ist. Das ist noch eine Glocke. Da könnte ich jetzt mit der Minus-Taste, wo sind die eigentlich? Ah ja. Mit der Minus-Taste könnte ich jetzt, ähm, könnte ich jetzt schön, springt der mir auf 4000 Punkte, okay? Ich könnte mit der Minus-Taste, habe ich jetzt ein Item als Reserve, womit ich dieses neue Katzenkostüm, das hier jetzt das neue Feature S nutzen könnte. Guck mal, hier gibt es gar nichts weiter. Guck mal, der Turbo, der in die Katze zündet, sieht gerade ein bisschen aus wie, äh, ich will es nicht weiter erläutern, aber, ne, so ein bisschen Nachbrenner, von wegen, äh, schlechte Bohnen gegessen und so eine Scherze. Also ich muss sagen, man kommt hier wunderbar mit dem 3D zurecht. Was kann ich jetzt mit der machen? Hallo? Toll, jetzt zeige ich mir das Ziel an, das ist ja auch enorm. Ja, habe ich jetzt eigentlich zwei als Ersatz oder habe ich trotzdem noch einen. Man weiß es nicht. Das, äh, dieses, oh, komm mal hier, knüppelige Harten, da kann ich aufhauen. Aber den großen Harten kann ich aufhauen. Yay! Und kriege. Oh, ich mutiere zum Riesenpilz. Äh, zum Riesenpilz, zum Riesen-Mario. Boing. Und damit kann ich ganz offensichtlich alles kaputt machen. Ist das natürlich jetzt im ersten Level nicht so fürchterlich, äh, schwierig. Woher hat er den Dämmchen gebracht? Ach guck mal, Röhren bringen einen immer noch in, in einem Bonus-Level, sag ich mal. Das ist, also, der hätte ich vom Alten geliehen. Hier kriegt man Punkte, wofür man nachher die Punkte braucht, weiß ich natürlich auch noch nicht. Wie gesagt, ich spiele es gerade zum ersten Mal an. Ich habe kurz vor der Aufnahme ausgepackt. Oh, und da bin ich gerade mal stumpf in den Hintergrund gesprungen, was nicht ganz so beabsichtig war. Ja, vier Leben habe ich noch und fange bei der letzten Ampel, hätte ich mal gesagt, bei der letzten Flaganz, also quasi Checkpoint. Ja, man muss hier dann wohl doch ein bisschen aufpassen, wo man hinspringt. Achso, ich habe hier aber noch mal ein Item, dass ich hier, ah gut, jetzt kriege ich das ja nochmal. Ah, als Katze kann ich also auch die Dinger kaputt machen, die die Kisten alle kaputt haben, wo irgendwie nicht wirklich was drin ist. Es gilt noch rauszufinden, wie lange man als Katze hier rum springen kann. Oh, ist denn hier los? Oh, oh, oh. Ja, mit Y und X renne ich ein bisschen schneller. Jetzt habe ich gerade ein paar Items verpasst, weil ich direkt auf die Flagge gesprungen bin. Levels recht kurz, wesentlich einfacher als Super Mario Galaxy. Mario Galaxy 2 kenne ich jetzt nicht. Ich weiß gerade, beim ersten Mal anspielen ist immer doof, ich weiß nicht so hundertprozentig, was ich so zu sagen soll. Guck mal, jetzt habe ich einen Stern gekriegt, wofür auch immer der jetzt gut ist. Guck mal, ich kann hier zwar frei auf der, ja, Speicherbogen, frei auf der Map hin und her kurven und auch alte Levels wieder nutzen, aber ich darf nicht vorspringen, weil es mir nichts bringt, weil ich die Level trotzdem freischalten muss. Was ich ein bisschen träge finde, ist dieses Sprinten, was man in jedem Super Mario-Tal, glaube ich, konnte. Was, was, was zufällig. Achso. Okay, ich hätte den Spieler auswählen sollen. Oh, die gibt es immer noch, da muss man wahrscheinlich immer noch darauf achten, dass man nicht von dem, von, äh, nicht von dem Panzer getroffen wird. Ja, im Grunde ist das hier ein, äh, 3D, 2D oder wie man das nennen möchte. Geh weg. Oh, guck mal, hier gibt es auch Blümchen, das, guck. Jetzt hat er so was von, von, äh. Oh, das war sehr intelligent. Oh, 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 wollen wir jetzt mal, oh. Jetzt war das Pause, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Ich wollte mal ein Item haben. Oh. Bye. Na, super. Weil ich hier der Pro-Gamer bin. Ach, jetzt kann ich hier ja auch nicht mehr hoch. Verdammt sags. Oh, warum möchte ich, ach ha, ja, so viele Münzen. Oh, ich bin aber auch ein Noob. Meine Herren. Guck mal, jetzt haben wir den Herren mit seinem eigenen Panzer legt. Oh, das ist, äh. Sind das jetzt Steine da an der Wand? Haha, Steine an der Wand. Oh, leck mich am Gesäß. Ich spiele dann so weit, wie ich überlebe, nicht? Äh, bei meiner Kunst könnte das recht schnell enden. Ach, eine Arschbombe gibt es auch. Schön. Also in, in drei, ich war schon, ich war in Super Mario ja noch nie. Oh, dann kann ich Kamera drehen. Das ist fertig, äh. Aha, da schau mal, na, guck. Also mit X und Y, ist das X und Y? Ja, mit X und Y kann ich, äh, die Panzer aufnehmen. Dann kann ich wahrscheinlich hier... Ah. Oh, da schau mal, na, guck. Und ich brauche dieses Ding... ...um hier die Blöcke kaputt zu kriegen. Aha, das ist ja immer sehr interessant, so. Ist jetzt für so'n Loop-Gamer... Wie komme ich denn hier? So, da hinten kommen wir wieder raus. Für so'n Loop-Gamer, für mich ist das hier... ...jetzt gar nicht so einfach. Da kommen schon die aggressiven... ...weiß ich nicht was. Das tut mir für's, weil ich leid, dass ich so spracharm bin. Äh, spracharm. Ich glaub, diese Steine kaputt zu machen, bringt mir sowieso gar nichts, ne? Oh, ich bin aber auch eine Kackbratze. Meine Fresse. Hier, friss Pans. Oh. Das ist aber auch neu, dass man jetzt hier noch, äh... Oh. Ich muss hier weg. ...dass man hier die Mützen noch extra aufsammeln muss, wenn man sie aus dem Stein gepöbelt hat, sag ich mal. Nein! Oh. Nee. Das kann ich eigentlich. Hier können wir uns, ja, extra Zeit holen. Äh. Das war so ähnlich geplant. So oder so ähnlich geplant. Oh. Meine Fresse. Ich kann hier aber auch nischt, ne? Guck mal, die Akkro-Viecher. Kommen hier sogar... Alter. Ach, schön, schön. In der Röhre, wo ich mich nicht wehren könnte, erlege ich die Feinde automatisch. Das ist natürlich praktisch. Was ist das? Okay, das war quasi so ein, ich nenne es mal, nutzloses Unges-Level. Oh, warum geht die denn her? Oh Mann, Entschuldigung. Mein Haustier ist wieder zurück, mein Frosch. Und, äh? Kann ich hier auch abbiegen? Ach, kann man sogar abbiegen. Okay. Sehr interessant. Hier müsste ich jetzt... Ne, kriege ich nicht. Ich dachte, hier würde ich jetzt mal so ein Katzen-Item... Also dafür... Wie komme ich da jetzt hin? Huch! Okay. Sehr interessant. Äh, wie mache ich das jetzt? Ja, machen wir es halt durch Sterben. Hätte ich beinahe gesagt durch... Wie, hätte man wahrscheinlich mit einem Katzen-Item... Hätte... Hätte... Hätte man wahrscheinlich mit einem Katzen-Item machen sollen können müssen? Oh, wie schlecht. Also, man sieht auf Anhieb, ich bin der totale Oberprofi. Ich habe immerhin schon das zweite Level geschafft. Was ja schon mal eine enorme Leistung ist. Warum jetzt neuerdings in jeder Art Spiel irgendwie die Punkte angezeigt werden... Ist mir nicht ganz... Will ich nicht ganz nachvollziehen können. Jetzt haben wir zwei Auswahlmöglichkeiten. Was ist das eine entgegen, das andere ist ein Pilzhaus oder was? Oh, ne, ne, speichern. Ja, schön. Ich will hier hin. Was ich vorhin erwähnt haben wollte, falls ich es nicht getan habe... Abgesehen davon, dass meine Stimme verschwindet... Willkommen im Tothaus. Du kannst eine der Schachteln öffnen, sicher findest du dann etwas nützliches. Ich bin nicht gierig, nämlich Kleine. Ei, ei, ei. Okay, damit können... No, ich bin aber auch blöd. Achso, ich kriege das alles, alles klar. Ja, darf ich wieder rausziehen? Wenn ich jetzt... Was wollte ich eigentlich vorhin ursprünglich gesagt haben? Scheiße, ich unterbreche mich selber und vergesse, was ich sagen will. Wenn ich jetzt... Ja, Speicherprogramm von Ungeschlossen... Ja, geschlossen, schön. Wenn ich jetzt das Item, was ich in Reserve habe, nun auswähle... Ähm... Ob ich denn das in Reserve kriege, was ich jetzt habe? Nein, natürlich nicht. Okay. Das ist, äh... Ein bisschen sehr simpel gewesen als Katze, muss ich mal gestehen. Wenn das so eine Art Endboss darstellen sollte... Ja... Die scheinen das sehr kindgerecht gestaltet zu haben, was ich jetzt bei Super Mario Galaxy nicht so empfand. Wobei... Ich auch kein Kind mehr bin und da ein bisschen der Skill verloren geht. Finde ich den Schwierigkeitsgrad hier bisher ziemlich simpel. Die Level sind ziemlich kurz. Was nicht unbedingt schlecht sein muss. Im Endeffekt, äh... Ich bereue es so oder so nicht, es gekauft zu haben. Wir können ja mal ändern. Wir ändern jetzt mal auf Peach. So. Gucken wir doch mal, wie die sich spielt. Anscheinend kann noch jeder... Die ist schon mal eine rosa Katze. Anscheinend kann schon mal jeder... Ähm... Kann schon mal jeder... Was wollte ich denn sagen? Jederzeit ein neuer Spieler... Äh, was war das denn? Komm, wollen wir das Item mal hier in Reserve nehmen, was immer das auch ist? Oh. Da war ein Geheimnis, was wir jetzt ignorieren. Zack. Da wollen wir aber hin. Gucken, wo dann das hinführt. Irgendwie fange ich hier dauernd ständig Sätze an, kann das sein. Und, äh... Beende sie nicht. Jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin gesagt haben wollte. Dieser Modus, in dem man rennt, den finde ich persönlich jetzt... Nicht so fürchterlich schnell. Das fand ich in alten Spielen besser. Ah, okay. Ah, alles klar. Äh... Ja. Und wieder ein begonnener Satz. Ich glaube, diese Fession guckt kein Mensch, welche dauernd rumstammel. Aber es ist auf jeden Fall knuffig. Es ist wieder bunt. Es ist... Was ist das da oben? Da wollen wir nochmal gucken. Äh... Äh... Jedenfalls... Rennen die nicht so wirklich schnell. Ja, noch ein Item brauche ich jetzt nicht. Ja, also sie gleitet... Ich weiß jetzt nicht, ob sie... Ähm... Weniger gleitet, weil sie... Das Katzenkostüm anhat. Oder... Sie jetzt generell... Ähm... Relativ wenig gleitet. Auf jeden Fall ist das jetzt kein... Nennenswerter Unterschied. Also diese... Sogenannten Zwischengichter finde ich ein bisschen... Sehr einfach gehalten, muss ich gestehen. Generell ist das... Ich weiß nicht, inwieweit der Schwierigkeitsgrad noch anzieht. Ich muss doch mal gucken, wie lange ich spiele. Aber... Ach, da kann man auch hoch... Das ist cool. Dass man da nicht hoch springen muss, sondern als Katze hochklettern. Aber bis jetzt Schwierigkeitsgrad ist... Ich sage mal... Lächerlich? Nein, lächerlich klingt... Sehr einfach. Also... Auf jeden Fall für Kinder geeignet. Für junge Spieler. Oh, ich habe... Aha! Oh! Okay, ich habe... Das, was ich vorhin eingeseitert habe, war ein Stempel. Wo es anscheinend ein paar mehr von gibt. Was die im Endeffekt bewirken, weiß natürlich kein Mensch. Also... Wissen die, die es schon durchgespielt haben? Ich weiß es noch nicht. Wofür die Sterne sind, ist mir noch nicht so hundertprozentig bewusst. Die verschiedene Levels freischalten... Oh, guck mal, wir nehmen hier das... Ja, läuft ganz gut. Danke. Die Anleitung findest du im Home-Menü. Sieh sie doch einmal an sich. Ja, nee. Bis jetzt habe ich keine Anleitung gebraucht. Danke. Wir gucken mal, was es hier im Zirkus gibt. Auf jeden Fall gibt es da drei Sterne zu holen. Das heißt, vielleicht muss man die Levels auch nochmal... Ähm... Öfters machen. Jetzt nehmen wir mal Toad. Mal sehen, wie der im Katz-Bostüm aussieht. Und... Blau. Geil. Und das sieht doch mal richtig knoppig aus, oder? Okay, dieses Spiel... Kenne ich noch... Kenne ich noch aus Super Mario... ...Galaxy. Da musste man auch so eine Buttons aktivieren. Ich muss auch gestehen, bis jetzt... ...finde ich... ...Super Mario Galaxy ein bisschen ansprechender. Weil... ...Ähm... ...Es war... ...Ähm... ...ja... ...weil... ...weil... ...ich... ...jetzt sollte man das vielleicht auch... ...benennen, warum, ne? Scheiße, ich habe doch gestehen, Stern einzusammeln. Das war natürlich döselig. Und hier voll der Disco. Also Super Mario Galaxy finde ich ein bisschen besser, weil... Ich weiß nicht, ich finde es halt besser. Ich hätte gerne... ...so ein Super Mario Galaxy in... ...ein Super Mario Galaxy gehabt in... ...in HD. Also so ein Super Mario Galaxy in HD würde ich mir durchaus verwünschen. Einfach weil das mal so, so, so... ...ein bisschen anders war. Das ist hier... ...sehr... ...sehr Super Mario-mäßig, Super Mario-Rust-mäßig, nur in, äh... ...WUH! Was ist das? Ach, Mann! Es ging irgendwie... ...gegen... ...gegen Mario Galaxy Schlotter von Hand. Man wollte diese Dinger vielleicht nicht... ...kann ich ja nicht. Was ist das? Das Versaut mir das ganze Spiel hier. Dass hier automatisch an der Wand lang laufen, das ist ein bisschen anstrengend. Wow, die Stellen muss ich jetzt natürlich noch mitnehmen, wofür auch immer die gut sind. Also das ist auf jeden Fall total knuffig, aber ich habe jetzt irgendwie auf Anlieb noch nicht so den Spaß wie bei Super Mario Galaxy halt. Das war, war irgendwie... Scheiße, ich wollte gerade sagen anspruchsvoller, obwohl ich auch hier schon zu blöd für bin, weil das halt so ein 2D, 3D ist. Scheiße, ich habe ja gar keinen... Ah, ich drücke immer auf Plus, verdammte Axt. Ich finde das natürlich ein bisschen schade, dass sie so... Oh, also ohne Sprinten kommt man da auch nicht rüber gesprungen. Ich bin eine richtige Knallergranatenleuchte, echt Wahnsinn. Ich bin sowas von wortkarg, ich verstricke mich in hirnlose, sinnlose Aussagen. Und, äh, bringe irgendwie jeden zweiten Satz nicht zu Ende. So. Bin die Täune eben auch geblieben? Gucken, was wir jetzt kriegen, wenn wir das mal schaffen. Ach, ne Blume. Äh, immerhin kann ich mich jetzt wieder wehren, das ist schon mal schön. Aber nicht gegen den, okay. Dürfte es einfacher sein. Ich glaube, der kleine Zaubermeister da verschwindet sowieso automatisch. Vollsichts Disco-Level hier. Und die Sterne, da bringt Punkte. Und drei gibt es insgesamt, okay. Wie gesagt, ich müsste mal irgendwann rausfinden, was es bringt, wenn man alle Sterne bekommt. Und wir versuchen jetzt mal nicht daneben zu springen. Auch wenn wir den Sprinter unter den Charakteren haben. Äh. Ach, da kommt man noch so ran, das ist doch schon mal schön. Ja, also signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Charakteren habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Was vielleicht auch daran liegt, dass es hier generell nicht so sprintintensiv ist. Also so, er sprintet nicht so schnell wie in anderen Spielen. Guck mal, ganze zwei Stempel schon von 3.846. Warum die Punktzahl eingeblendet werden muss, ist mir immer noch schleierhaft. Hilfe! Ja, ich komme dich gleich retten. Bis dahin machen wir das Spiel auf jeden Fall. Ich will mir nochmal einen echten Boss angucken, um festzustellen, ob die vielleicht auch eine Herausforderung sind, im Gegensatz zu den bisherigen Gegnern. Jetzt haben wir hier Tropical Island. Die haben leider auch keine... Ach doch, Wasserspaß mit Plessy. So, jetzt ändern wir nochmal, weil wir hatten Luigi noch nicht. Der soll ja nur, wie gesagt, höher springen. Oh, was natürlich in dem Level, wie ich weiß, mir überhaupt nichts bringt. Ja, er springt... Doch, das merkt man schon. Reite auf Plessy zum Ziel. Bewege L nach oben, um zu schleunen und nach unten, um abzubeißen. Okay. Drücke B oder 2 zum zu springen. Wo habe ich denn B? Okay. Ja. Reite? Ja. Das finde ich zum Beispiel sehr cool. Das ist ein richtig lustiges Level. Das habe ich schon in einem Video gesehen. Erstmal ist das grafisch schön, wie ich finde. Huh! Und es werte das... Es peppt das Spiel ein bisschen auf. Oh, warte mal. Wow. Also, ooooh, im Driften ist ja jetzt nicht so die Leuchte. Aber man sieht, es gibt durchaus einen Anreiz, ähm, das Spiel öfter zu spielen. Also ein Level öfter zu spielen. Ich finde wiederum, hier kann die Grafik durchaus punkten. Und ich meine, klar, es gibt bessere Gefühle mit besseren Wassereffekten, aber... Es ist eindeutig schick. Oh! Komm, wir springen mal ein bisschen. Oder zeichnen wir freundlicherweise auch die Kurve an. Aber solche Level würde ich mir mehrere wünschen. Oh! Kamera! Kamera leckt mich am... Oh! Scheiße! Hier muss man offensichtlich mit der Drehung der Kameraperspektive arbeiten. Das geht hier gar nicht. Na super. Ja, komm, spring... Lauf da. Wir versuchen das Ganze jetzt noch mit dem Steuerkreuz. Obwohl, das kann ich schon fast gar nicht mehr. Vielleicht hätte ich auch einfach den Turbo rausnehmen sollen. Aber man kann jetzt tatsächlich die Kameraperspektive nicht steuern. Das heißt, es war einfach totale Blödheit. Achso, das... Ah, da hätte man gar nicht ausreichen sollen. Das... Wollen wir auch mal anders sagen, dass das ein Turbo-Streifen ist. Ich versuche das jetzt noch mal. Ja. Ich habe natürlich einen verpasst. Wir gucken jetzt auch mal, was es hier oben gibt. Ich bin ja von Natur aus wispy-gericht. Wobei ich dadurch natürlich die Ränge auslasse. Und da noch gleich mal hochkomme. Das ist natürlich sehr effektiver jetzt. Wir springen auf Nessie zum Ziel. Guck mal, jetzt bremsen wir mal ein bisschen ab. Damit ich dann nicht gleich wieder aus der Kurve getragen werde. Wie gesagt, erstes Mal anspielen. Ich weiß grob, was mich erwartet, weil ich das... Bei wem habe ich denn das so weit übergeguckt? Oder habe ich das hier nur als Ausdruck gesehen? Wieso? Warum? Toll. Keinen einzigen Ring gefunden. Den, 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 den... Keinen Ring getroffen. Den Stern nicht gekriegt. ZL, ja. Also, es springt definitiv. Was ist das hier? Ja gut, da kommt man eindeutig einfacher an die Spitze mit Luigi, weil er weiter springt. Ja, ansonsten ist das Level beendet. Nun erklär mir doch mal einer, jemand von euch, der das gespielt hat, wofür man hier Punkte sammelt. Ob die Punkte nachher irgendwann zusammen irgendwas ergeben, was, was weiß ich denn, ich was, keine Ahnung. Ob das für eine Statistik online ist, oder... Okay, was ist das? Ich finde ja diesen Retro-Mario, finde ich ganz cool, im Ladebildschirm. Gucken wir mal, was ich hier schnell jetzt kriegen kann. Ähm, spielen mit Verantwortung, oder was? Springe gegen die Blöcke und reihe identische Bilder aneinander, wenn du Glück hast, kannst du bis zu... Ja, ich kann 777 mit Brunnen und so weiter. Okay. Mhm, mhm. Ja, also ich würde sagen, so wie man die Leben hier hinterhergeschmissen kriegt, wenn ich die Session spiele, bis ich tot bin... Und nach jedem darf ich speichern. Wenn ich bis... Bis alle Spiele, bis ich tot bin, könnte das eine lange Session werden. Jetzt gucken wir doch mal auf die Karte. Karte des Feenlands, okay. Ja. Das war also eine Übersichtskarte. Kann ich denn da schönes machen? Beglücken wir doch mal. Käpt'n Tod will hoch hinaus. Schauen wir mal. Welt 1... Was ist das? Okay. Ich spiele das mal an, ich... Ah ja. Ich muss dann gelegentlich doch nochmal auf die Uhr gucken, weil ich meine Freundin noch abholen soll. Käpt'n Tod, der Furchtliche Jäger der Großen Sterne, bricht zu seinen ersten Abenteuern auf. Hilf ihm dabei, alle Hindernisse jetzt sicher zu überwinden und alle 5 in diesen Sternenhändler sind überwinden. Wenn du das gut an, dann hören sie dir. Mit Hilfe von Herrn, um die Umgebung auf verschiedenen Blickwege hinzusehen. Übrigens kannst du die Kamera auch bewegen, indem du das... Oha! Kann nicht springen, also sei vorsichtig. Äh, okay. Warten, dann haben wir schon mal einen übersehen. Turbo hat er auch nicht. Er kann nix. Wenn er nicht... Ah, alles klar. Äh. Das ist mal, ähm, ja. Mini-Spiel-Alternativ-Level. Wo man die Kamera... Warte mal. Da muss ich wahrscheinlich auch hin. Ja. Aber... Da komm ich da wahrscheinlich nicht weiter, oder? Fustel. Okay. Okay. Das ist interessant. Dass man jetzt in das Gamepad pusten muss, darauf, äh... Hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Vorhin, ich hab irgendwie hier mitten aufs Display gepustet. Ich weiß gar nicht, wo der Sensor dafür ist. Warum hat das Ding überhaupt einen Pustesensor? Reagiert er denn auf das Rauschgeräusch, oder? Hm. Jetzt hab ich wieder 5 Sterne und ich weiß immer noch nicht, wie viel die gut sind. Also wie gesagt, ich würde sagen, wenn du alleine spielst, kannst du auch in anderen Leveln die Kamera tatsächlich die Veränderung nehmen. Du, äh... Guck jetzt einfach aus. Ja. Und speichern. Ich mach jetzt noch diesen... Diesen Boss, nehm ich mal jedenfalls an, als es einer ist. Gucke eventuell noch in das erste Level des nächsten Map-Bereichs rein. Ah, okay. Ich brauch 10 Sterne, um den Gegner überhaupt freizustellen. Das heißt, wie hätte ich... Würde ich die... Der... Derdedededede... Würde ich die Levels durchrushen, ohne Sterne einzusammeln, würde ich gar nicht bis zum Endboss kommen. Bei dem es anscheinend auch noch 3 Sterne gibt. Dann nehmen wir doch mal wieder Mario. Ja. Den Allrounder. Bowser gibt Gas. Also grafisch ist das schon schick. High Definition halt das erste Mario. Ich vermute aber nicht, dass das 3DS-Teil High Definition hatte. Was kann ich damit? Kann ich die mitnehmen? Okay, ich kann sie schießen. Bäm. Und entdecke dadurch einen Block. Ich stelle fest, ich bin zu blöd zum Springen. Ich habe jetzt eigentlich alle Sterne gehabt. Das hat mir zwar angezeichnet, wie viele ich eingesammelt habe, aber das zeigt mir glaube ich nicht wirklich an... Also hier so ohne irgendwas ist schon ganz schön kacke. Das kann ich ja nicht hochnehmen. Jetzt! Aha! Oh, Glückwunsch. Das war jetzt dämlich. Damit ist das wieder hinfällig. Ich wollte eigentlich... Ähm... Ach, Mendo! Oh, guck mal jetzt im Hintergrund die Wassereffekte und die... Oh! Ja! Ich brauche einen Linksbums. Oh, geh weg! Wir lassen es einfach... Wieso, wenn ich A gedrückt halte, nein Y gedrückt halte, was auch Greifen ist und Rennen ist, warum... Egal. Er schießt automatisch auf jeden Fall. Und beim Rennen... Zündet er irgendwann so einen Nachbrenner. Geht doch mal weg, ihr blöden Dreckssäcke! Was mache ich da eigentlich? Oh, wie er bremst beim Springen, ne? Und man rennt und springt und während des Sprunges hat er voll gebremst. Ich bin zu blöd für dieses Spieltrenner. Ich komme wahrscheinlich nicht mal bis zum Boss. Und Tor! Tor! Ach ja, guck mal, die schießt auch noch automatisch. Ah, Himmel, Arm und Gesäß. Da sind gerade... Stell ich gerade fest, da sind ja noch... Ach, fickt euch doch sonst... Entschuldigung, liebe Kinderchen, weghören. Guck mal, hier können wir... Manchmal muss man einfach nur nachdenken. Nein, diesmal hab ich's nicht so einig. Also die Wasserreflektionen jetzt im Hintergrund sind richtig schick, finde ich. Eindeutig. Für ein Wii U-Spiel. Okay. Aha! Da ist schon mal ein Stern, den wir ohne gar nicht erreicht hätten. Und das hätte ich auch so nicht geahnt. Da kann man abkürzen. Uah! Und jetzt komme ich auch an den Stern. Weil das Kätzchen hier alles wegkrallen kann. Aha, aha, den wollen wir noch mitnehmen hier. So. Es tut mir echt leid, dass ich hier so Sprachamt bin. Aber das ist der Nachteil, wenn ich euch Spiele vorstelle oder Spiele für euch anspiele, die neu sind. Die ich halt noch nicht kenne. Ja doch, also... Geil. Jetzt bin ich immer gespannt, was ich machen muss. Ich glaube, jetzt sind wir hinterher. Ah. Okay, das ist relativ simpel. Wenn er sonst weiter nichts macht. Brüllen. Also die Feuereffekte auch. Licht und Schatten. Oh, Totschie. Nein. Okay. Oh. Ach Mann. Das ist doch so kacke. Okay, das ist gar nicht so einfach. Zack, jetzt kann es weiter auf den Sack. Ach, ich habe ja noch ein Item. Oh. Die Feuerlache wollen wir nicht. Na, komm. Mach was, Digga. Alle. Und denken. Kannst du auch nicht wundern. Ah. Ich bin ein richtiger Pro-Gamer. Auf jeden Fall. Jeder, der was anderes behauptet. Oha. Oha. Denkst du anders. Zack. Wie oft muss ich ihn treffen? Normal ist es auch Standard dreimal, oder? Viermal anscheinend. Ne. Fünfmal? Oder muss er bis zum Ende durchfahren? Man weiß es nicht. Ah ja, ist die noch weiter. Okay. Sehr interessant. Gucken, ob das jetzt bestimmt noch schwieriger ist. Für mich ja beinahe unmöglich. Boah. Aber das finde ich schon witzig. Es ist ein bisschen... Es könnte schneller sein. Aber... Nicht zwingend schwieriger, weil man merkt ja, ich bin ja so schuldig blöde dafür. Boah. Ach scheiße, ich habe ja keine Attacke. Gib mir das Item. Gib mir das Item. Ich darf nur einfach mal hier oben langen, dann kann er sich ganz aktiv passieren. Ja. Tada. Es sind schon coole Effekte. Es ist schon cool gemacht. Es ist auf jeden Fall schick. Man weiß, er kommt ja sowieso jetzt die draußen mal wieder. Guck dir mal hier. Das ist schon schick. Doch. Es macht definitiv Spaß. Es ist schick. Witzigerweise einerseits beschwere ich mich über den zu leichten Schwierigkeitsgrad. Andererseits bin ich an manchen Stellen aber viel zu dämlich, das überhaupt irgendwie ansatzweise zu meistern. Das ist halt die Ironie meiner mir selbst widersprechenden Aussagen. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Zeit dazu. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass nach dem Kampf noch irgendwie Levelbereich kommt. Da möchten wir, glaube ich, nicht runterspringen. Irgendwie scheinen die Figuren auch, wenn man länger rennt, scheinen sie nochmal nachbrenner zu zünden, um noch ein bisschen schneller zu werden. Und damit haben wir auch die erste Fee gerettet. Ich weiß zwar nicht genau, welchen Bezug diese Feen jetzt auf das Mario-Universum haben, weil wir sind die bisher noch nie so aufgefallen. Ich bin aber auch noch nie so sonderlich weit fortgeschritten in irgendwelchen Spielen. Also in Mario-Spielen. Ich bin noch nie die extreme Leuchterin gewesen, nie extrem weit gekommen, noch keins durchgespielt. Das Ganze schweige davon. Guck mal, die hämmern uns jetzt eine Brücke zum nächsten Insel. Sie zaubert uns eine weiße Wand. Nein, nein, ein Rohr. Alles klar. Die hat mal eben ein Rohr verlegt. Speicher-Vorgang vorgeschlossen. Yeah. Gib ihm. Gib mir ein Item. Ging ja nochmal durch die Röhre. Guck mal, ob sie... Ah, guck mal, ne Sand. Ja, so scheint sich das denn hier, das... Zeigte mir ja nicht an, wie viele Sterne ich brauche. Nein, das zeige ich mir immer das Schloss. So scheint sich... Also was ich sagen wollte, so scheint sich das Thema der jeweiligen Welt auch zu ändern. Ja, und hier kann ich... Will... Bin ich jetzt in Welt 2, aber ich denke mal, Welt 1 reicht euch. Von meiner Seite aus würde ich sagen, definitiv Kaufempfehlung. Auch wenn meine Begeisterung jetzt keine Funken gesprüht hat zu euch rüber vielleicht. Ich denke auf jeden Fall, es macht Spaß. Ich muss das unbedingt nochmal mit meiner Freundin zusammenspielen. Weil ich denke jetzt zu zweit, das wird einfach so lustig. Alleine dumm und eher so... Wenn man zu zweit spielt, kann man sich über die Fehler der anderen Personen amüsieren. Ich beende das jetzt mal hier an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Auch wenn ich wortkarg war. Wenn ich mich verheddert habe. Wenn ich mir widersprochen habe. Wenn ich Blödsinn gesammelt habe. Aber eigentlich kennt ihr das doch und deswegen guckt ihr mich, oder? Auf jeden Fall, ähm... Den Link zu dem Spiel, der Amazon-Link, haue ich euch in die Videobeschreibung, wenn ihr euch das kaufen wollt. Äh... Ja, ansonsten meine ganzen Facebook-Gedöns, bla bla bla. Wenn ihr neu dabei seid, ihr findet in der Videobeschreibung Link zu Facebook, zu Twitter, zu Google+, zu Instagram. Meine PS3-ID, meine Wii U-ID und alles, wo ihr mir folgen könnt, mich belästigen könnt, mich mir folgen... Naja, ne? Und für alle, die es kennen, ihr dürft natürlich einen Daumen nach oben gehen. Am liebsten auch Kommentare und so weiter und so fort. Und wisst ihr Bescheid. Luft holen. Ich sag, ich bin hier jetzt raus und sag, Tschüss, ähm... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.